Let's go! Come on! Im Bundesstaat Montana, im Norden der USA, wird der Cowboy-Mythos geboren. Der Schriftsteller Thomas McWane zeigt jedoch eine andere Seite der von Hollywood propagierten Kulisse. In seinem Erzählband Crow Fair beschreibt er in 17 Szenen das Leben in der Provinz. Es sind Geschichten von amerikanischen Antihelden. Thomas McWane, der Cherow von Flaubert liebt, dekonstruiert das vor Männlichkeit strotzende Western-Image. Manche fragen, warum ich den Westen nicht romantisch darstelle. Ich habe keine romantische Sicht auf den Westen, aber ich liebe ihn. Das schließt sich nicht aus. Thomas McWane schreibt ein Dutzend Romane. Mit viel schwarzem Humor entführt er uns in Road-Movie-Manier auf die chaotischen Straßen von Montana. Im Paradise Valley, am Fuße der Absaroka Range, befindet sich der nördliche Eingang zum Yellowstone-Nationalpark. In Montana, dem Big Sky Country zwischen Rocky Mountains und Great Plains, wurde schon immer Viehzucht betrieben. Jahrhundertealte Farmen sind über mehrere tausend Hektar Land verteilt. Der 82-jährige Thomas McWane lebt heute in der kleinen Gemeinde MacLeod. Mitten im Ort steht ein winziges Postamt. In seiner Jugend hat er bereits hier gearbeitet und kehrt in den 60er Jahren in den amerikanischen Westen zurück. Er flieht aus Hollywood, da er sich dort als Drehbuchautor Alkohol und Drogen hingegeben hat. In den grünen Ebenen von Montana findet er wieder sein inneres Gleichgewicht. Doch das hindert ihn nicht daran, sein Umfeld von der Farm aus kritisch unter die Lupe zu nehmen. In seinem 2015 erschienenen Erzählband Crow Fair rückt er die riesigen Farmen, die einst Amerikas ganzer Stolz waren, in ein nüchtern reales Licht. Es war absolut grau und voll. Gehäutete Kojoten-Kadaver häuften sich auf der Vortreppe und ein totes Pferd hing noch in seinem Halfter, mit dem es an die Veranda gebunden worden war. Drinnen herrschte Chaos und ein Detail verstanden wir nur mit Hilfe der Nachbarn, die von Schrot durchlöcherte Badezimmertür. Offenbar pflegte Frau Oldtime Cowboy Herrn Oldtime Cowboy durch das ganze Haus zu jagen, bis er sich ins Bad flüchtete, die Tür abschloss und sich in der Wanne verkroch. Die Wannenwände waren mit Blei gespickt. Es ist heutzutage schwierig, eine Ranch zu erwerben, da das Land über ein Erbsystem weitergegeben wird. Man kann nicht als Arbeiter auf einer Ranch anfangen und zum Besitzer aufsteigen. Das ist unmöglich geworden. Deshalb gibt es an vielen Orten Streitigkeiten darüber, wer bleiben darf, wer die Ranch bekommt, wer gehen und einen anderen Job finden muss. Manche gehen in die Stadt, um Geld zu verdienen, weil ein Rancher allein nicht für eine Familie aufkommen kann. Mich interessieren an den Geschichten genau diese Schwierigkeiten. In Thomas MacWaynes Texten löst sich der Mythos des Wilden Westens allmählich auf. Der Pioniergeist ist nur noch schemenhaft vorhanden. Ein ferner Traum, den der Schriftsteller unter den Porträts verirrter Seelen begräbt. Meiner Ansicht nach wurde Montana von den Schriftstellern größtenteils verkannt. Die meisten Autoren stellen es verzerrt dar. Zum Beispiel sind überhaupt nur 5 Prozent der Bevölkerung in Montana Rancher. Die Leute, über die man in diesen Büchern liest, sieht man also im wahren Leben meist gar nicht. Viele Autoren schreiben über heldenhafte Cowboys, die Pferde zureiten und stolz durch die Prärie preschen. Doch sie verschweigen, dass diese Männer oft drogensüchtig sind. So ein Autor bin ich nicht. Ich möchte verstehen, wie diese beiden Realitäten koexistieren können und wo das hinführt. Etwa 30 Kilometer weiter westlich liegt Livingston. Die Stadt entstand 1882 durch den Bau der Eisenbahnstrecke. Die Hauptstraße und die roten Backsteinbauten haben sich seither kaum verändert. Nur fahren heute Pickups durch diese Westernkulisse. Ich hatte immer starke Gefühle für meine Stadt. Mir gefiel ihre Lage in der Biegung eines der großen Flüsse des Westens. Mir gefiel sogar der stetige, dumpfe Lärm des Eisenbahndepots, die leise, aber allgegenwärtige Hintergrundmusik unseres Lebens. Die stärksten Eindrücke haben sich mir in der Sommerzeit eingeprägt, wenn sich mein Leben draußen abspielte und die hohen Wolkentürme mir als Burgen dienten. Die Eisenbahngesellschaft Northern Pacific Railway hatte hier in der Stadt ihr Depot. Sie beschäftigte mehrere tausend Leute. Es war eine richtige Arbeiterstadt. Als das Depot geschlossen wurde, musste die Stadt sich neu erfinden. Und in dieser Zeit kamen dann die Schriftsteller. Thomas McWane war einer der ersten, die sich hier niederließen. Grundstücke waren damals günstig. Er hat also seinen Freunden gesagt, hey, dieser Ort ist großartig, inspirierend und nicht teuer. Dadurch kamen weitere Schriftsteller und bildeten dann die sogenannte Montana Gang. Das waren McWane, Richard Brottigan oder Jim Harrison. Thomas McWane siedelt viele seiner Handlungen in dieser zeitlosen Kulisse an. Livingston, was man durchaus mit lebender Stein übersetzen könnte, taucht in seinen Montana-Romanen immer wieder in der Gestalt einer kleinen fiktiven Stadt auf. Und die tauft McWane Dead Rock. Toter Stein. Die Stadt ist ein guter Schauplatz. Sie ist in keinster Weise typisch oder langweilig. Früher gab es Aufkleber mit dem Text, Amerikas bestes Freilicht-Irrenhaus. Denn hier leben einfach viele wunderbar exzentrische und interessante Menschen. Livingston verdankt seine Beliebtheit der Nähe zum Yellowstone-Nationalpark und seinem altmodischen Charme. Im Stadtzentrum erinnern noch viele Gebäude an die Blütezeit des Wilden Westens. In der Bar des legendären Murray Hotel haben sich mythische Gestalten wie Buffalo Bill und Calamity Jane herumgetrieben. Doch die Stadt hat sich gewandelt und heute mischt sich ein buntes Künstlervolk unter die Cowboys. Wenn McWane über Livingston schreibt, wird die Stadt zu einer Persönlichkeit. Facettenreich, schrullig, verstört und widersprüchlich. So wie die Menschen. Das gibt der Erzählung Tiefe und Lebendigkeit. Wenn man seine Bücher liest, hat man das Gefühl, seit Jahren in dieser Stadt zu leben. Thomas McWane setzt Außenseiter in Szene. Die verirrten Seelen von Livingston finden ein offenes Ohr bei Dr. Pickett, dem Protagonisten des Romans Driving on the Rim. Der eigenbrötlerische Landarzt, der auf Baumaler umschult, hat Mühe, in diesem konservativen, weltfremden Amerika seinen Platz zu finden. In meiner Verzweiflung hatte ich einigen meiner anstrengenderen Patienten wohl etwas gedankenlose Ratschläge erteilt, sodass sie sich beim Aufsichtsrat beschwerten. Einem Hypochonder, der eine Erklärung für all seine Zipperlein forderte, hatte ich Feiz-Tanz diagnostiziert. Einem Cowboy, dessen Gatten sich über seine grobe, erotische Methode beklagt hatte, riet ich, ihr denselben Respekt entgegenzubringen, den die Reitkunst erfordert. Ein Wasserbett ist bei wellenförmig verlaufendem Fieber ungeeignet und so weiter und so fort. Ich hätte besser den Mund gehalten. Es ist ein Mythos, dass Amerika ein gelobtes Land sei, wo jeder reich und erfolgreich sein kann. Das ist der berühmte American Dream. Wenn du nur hart arbeitest, dann hast du Erfolg. Aber das war schon immer eine Lüge. McGuane sagt uns ganz unverblümt die Wahrheit. Denn es gibt keine Garantie dafür, glücklich und erfolgreich zu sein. Im Gegenteil. Es ist viel wahrscheinlicher, dass das Leben hart und voller Mühen ist. Vermutlich wirst du arm sein und vermutlich verlierst du dein Land an ein Großunternehmen. Aber wer darüber lachen kann, der wird es überleben. Thomas McGuane liefert einen nüchternen Blick auf das Landleben in diesem Teil von Amerika. Wenn im Sommer der Nationalfeiertag näher rückt, wird hier das Sternenbanner hoch in Ehren gehalten. McGuanes Protagonist flüchtet vor dem Trubel und zieht sich in die Natur zurück. Der Yellowstone River und seine Nebenflüsse sind ein Paradies für Angler, die ihren Sport in religiöser Andacht betreiben. Der Fluss ist über 1000 Kilometer lang. Der längste, der in den Rocky Mountains entspringt und der längste ungestaute Wasserlauf der USA. Thomas McGuane ist leidenschaftlicher Fliegenfischer. Und auch seinem Helden, dem Landarzt Pickett, hilft es, sich mit sich selbst zu versöhnen. Im Roman heißt es, das Auswerfen, das dem Korkgriff vibrieren lässt, die Schnur, die schwimmt und dann still liegt, der Bogen der Rute, die Bewegung des Wassers, all das macht man aus einem einzigen Grund, dem Ewigkeitsgefühl, diesem Bewusstsein, mit seinem biologischen Rhythmus im Einklang zu sein und über sich hinaus zu wachsen. Ich denke, wenn ich etwas Tragisches erleben würde, würde ich wohl angeln gehen. Dabei kann ich mich gut erholen. Aber ich möchte nicht zu düster klingen. Meistens gehe ich angeln, weil es mir Spaß macht. Keine amerikanischen Klischees von idyllischen Kleinstädten und unendlichen Horizonten mehr. Thomas McGuane rückt mit Witz und Lebensfreude die strahlenden Mythen des Wilden Westens in ein neues Licht. See you.